Und bevor wir anfangen zu kürzen, verallgemein nach, wir müssen hier so ein Zettel gucken, wir müssen hier ein Zettel gucken, wir müssen euch gleich einmal vormachen. Dann muss dann jeder von euch einmal durchlaufen, dann müssen wir hier ein Zettel gucken, möglichst mit den A-Fakuren an, das ist unsere erste Höhe, erste Schwierigkeit. Zur Orientierung, hier rechts ist der Einstieg zum A1-Fakur, hier rechts ist der Einstieg zum A2-Fakur, gleiche Höhe, gleiche Schwierigkeit. Dann haben wir nächste Höhe, nächste Schwierigkeit, hier vom Hauptweg liegt, die den B überholt. Die B ist zweite Möglichkeit, die gilt für die zweite Leiter und der Einstieg vom C-Fakur ist ganz schön. Die könnt ihr danach selbst entdeckten. Ab und zwölf ist unser Seilrutschen-Fakur, da ist die Leiter hier hinter euch. Da bitte vorher bei uns anmelden und nicht einfach so da reingehen. An den Fakuren selber stehen, aber noch mal hin, bei der A1-Fakur. Ab 15, der D-Fakur, da geht die Leiter hier hinten hoch, auch da bitte vorher bei uns anmelden, dann müssen wir nur noch ein paar kleine Schleifen jetzt wieder rein. Das ist auch so mit unserer Schwierigkeit. Gut, dann mache ich euch das Ganze jetzt hier einmal vor und dann könnt ihr los. Ich kriege den Tarabiner, das ist unser Sicherungsgeräum. Dann habt ihr noch mal den schwarzen Seil, eine Seilrolle in den Tarabiner, wo wir auch kurz den Schalt zum Rutschen gesichert haben. Über den Gesandlager gerade, da bleibt ihr gleich den Konzentrumsverkaufsicher gesichert. Der wird nicht mehr ausgebaut, sobald er immer im System ist. und den zügig immer durch Flechplatten durch, über Führungen in die Elemente einzubringen. Um jetzt irgendwie in meinen Spätselorten, in den Parcours, könntet ihr uns einstiegen mit diesen Flechplatten durch, an denen wir Stahlzeilen, und dann die Räume und die Fresse. Da bieten wir den Räume ein. Ihr seht hier, der hat hier eine kleine Öffnung. Das passt hier durch, aber das passt nicht mehr durch Stahlzeilen. Einfach verrunden, einführen. Dazu muss man den Tarabiner immer schwer zum Blech fahren, und dann hänge ich den hier rein. Und hier an den Tarabinerkopf. Oben ist ein Sicherungsgerät drin. Das heißt, wenn ich den noch mal einladen muss, kann ich daran hochklettern, das läuft dann wieder mit. Und wenn es reinfallen würde, würde das ziehen. Ich nehme mir jetzt hier den Tarabiner, und mache mir den am Koffergriff fest. Das ist bei euch am Bucht, diese roten Schlauch. Da kommt ihr hin. Da kommt nicht auf die Idee, den irgendwo anders einzu. An deinem Bucht ist das nicht. Das kann ich sagen. Das ist nur das andere Einzelne. Alles gut. Okay. Tarabiner öffnet sich. Zylinder runterziehen. Hebe nach dem Kussack. Da kann ich mich hier einfach machen. Was ist jetzt der erste Zuruhrerbaum? Dann fängt er auch an, nicht zu sicher. Ab jetzt bin ich hier drüber. Dann darf ich auch hier den am Koffergriff abmachen. Vorher bitte nicht. Das Ganze funktioniert nachher runterend. Ja. Ungedrehter Weg. Nicht einfach hier runterklettern wollen, Karabiner rüberführen. Und hiermit noch nicht festbleiben. Erst hier dran festmachen, dann den durch die letzte Führung am Baum runterzuleiten. Ja. Ja. Damit ihr euch... Gut. Im Auflieg selber bitte nicht mehr als eine Person. Hier auf der Plattform. Ihr dürft jetzt zu zweit stehen. Das heißt, ihr dürft euch auch zu zweit hier in die Zeichensicherung am Baum. Wenn ihr dann hier am Baum festhalten, guckt, wie das Seil richtig drunter hängt. Hängt, damit der Nächste wieder gut ran kommt. Und am Unterhufen Element rein. Dann weiß der Nächste, ich hänge hier oben nicht mehr irgendwo drin. Der kann da dran ziehen und hier hinterher kommen. Wolle hängt in einem Karabiner drin. Die hänge ich jetzt erstmal ins Stahlseil ein. Guck euch das hier an. Aufrufet wird das gleich hier oben. Einhängen. Hebel zu machen. Dann Wolle richtig aufs Stahlseil aufsetzen. Das ist ein Stahl der Führung. Dann nehme ich mir die Karabiner von vorne und lege es auf die Wolle. Und dann bin ich fertig eingehängt. Beim Träcker selber gibt es euch hier zu beachten. Wenn ihr euch festhalten wollt, zieht das an eurem Stahlseil. Eure Führung macht hoch. Umweide von oben befinde ich nur eins. Umweide von unten. Packt euch hier oben rein. Packt euch nicht aufs Stahlseil. Wenn ihr festhalten könnt, dann erst an die Wolle. Dann ist so. Irgendwer hier, der noch nie gekleppert ist. Alle schon mal in die Wolle? Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne mal hier in den Bucht reinsetzen. Wir wissen, was passiert, wenn man hier hängt. Hier ist eine schöne Stelle, wo man das ausprobiert. Einfach mal hier reinhängen lassen. Dann weiß noch was, was wir in die Wolle schenken. Ja? Hier könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Wir kommen hier im Einflusswort. Einfach ein süßes Randsteig an dem blauen Seil nach. Dann kann man ihn wieder aufmachen. Dann kommt wieder raus. Dann kommtию. Dann ist eine kleine Foll-Karte. Dann ist alles klar. Dann ist alles klar. Dann kann ich mich auch. Dann ist alles klar. Dann kann ich mich wieder raus. Dann kann ich mich auch schon mal weg. Dann kann ich etwas sagen. Dann können wir das mal rausnehmen. Vielen Dank.